Ich muss bei mir bleiben, ne? Der andere macht nur Blitze. Macht nur Scheiße. Der Bär brennt. Oh, das ist süß. Mach das nochmal, komm, mach den Trick nochmal, kleiner. Mach den Trick nochmal. Genau! Der Bär ist ein guter. Jetzt komm, noch einmal nur Trick, dann kriegst du ihn weg. Cool, dass der Bär uns folgt, ey. Ohne Scheiße. Ja gut, dann klappt deine Idee. Dann soll ich gleich instant stehen und erst, falls ich drauf ist. Was bin ich, hä? Oh, sein Bruder, sein Sohn ist da drüben. Oh. Du bleibst auf dem Eiskalt stehen. Ich wollte es mit ihm klären. Hauptsache, du hilfst mir hoch, um selber zu sterben. Na geil. Dann ist deine ganze Hütte. Fuck it up. Und das Sohn ist drin beim Gärtnern, seine Blumen. Alles breit bei ihm ab. Familie, doch nicht so einen neuen Blick. Einer mit einer Maske, der andere sieht aus wie Eminem. Alter, still. Werde wir schon wieder viel zu dumm. Viel zu dumm. Von meiner Landen ... Herc Junior. Dümmer als ein kohlenalmer. Von seiner Mutter ... Von meiner Mutter ... Der dummkopf hat meinen Gehmat verloren. Und sie, natürlich benannt nach der besten First Lady, die jemals in diesem großen Land gedient hat. Wenn diese Obama liebt, den Spinner herausfinden, dass ich nicht auf mein Zeug aufpassen kann, dann kann ich mir den Spinner fast wohl abschmecken. Alter, dein Ernst? Was, das wird auch... Weil ich könnte nur ein bisschen Wasser hängen. Das hängt schon wieder von vorne an. Ich glaube, du musst kurz warten. Jetzt ist wieder alles okay. Spürst du da gerade mit Hange oder was? ... von dem das immer redet, jetzt hör mal her. Gib dir etwa einen Nashornkäfer im Hintern. Hilf meinem Schwachgriff für die Sohn, meinen Truck zu holen. Ganz zu schweigen von den Hundezecken, die sich an meinen Vollgebälen zu schaffen machen. Komm schon, Hüffel, den Schönen des alten Herrn zu holen. Wir passen hier in die Kurve, wobei der Eid hier rum, aller... Alter, ist er dumm, ey. Warum zielt der Hunde-Panzer raus und dich? Auf mich nicht. Nee, auf mich nicht. Hör auf. Und jetzt steig ein. Warte. Was ist da grad? Ich habe jetzt das Größte und was. Ich zeig dir. Mir gut im Alter passiert so wahnsinnig mal. Er ist noch jung. Da schießt man einfach mal los. Irgendwie rotes Haar oder so? Ja, leicht rot, ne? Mann, ist er schwul. Scheiße! Er liegt hier irgendwas an mich gebissen. So liegt er hier schon wieder hin. Geh auf. Ich weiß jetzt nicht, wo wird der Ferne da reingekommen? Was ist denn mit dem los? Ich bin lieber auf hier. Keine Ahnung, aber wir brauchen ja jetzt eh nicht mehr. Also, ok. Können wir es probieren ohne UST? Was ist denn? Scheiße! Bärchen, gib alles! Direkt ins MG-Feuer rein. Alles gut, Bärchen. Bärchen, gib alles! Direkt ins MG-Feuer rein. Alles gut, Bärchen. Ja. Ja. Er ist noch am Leben. Ja, ein Fernseher zu weit von einem Verbündeten. Ja. 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 Ich weiß nicht, wo ist das jetzt hier hochkommen oder? Dein Auto abholen oder? Wollen wir mit ihm reden? Also ich kann nicht mit ihm reden. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, jetzt geht er erstmal oben. Ah, hier müssen wir weiter. Uh, da ist... da ist was. Oh, da war vielleicht was, das habe ich auch nicht gesehen. Genau. Das ist nur eine Munition. Ey, geil, ich bin zu weit weg von meinem Mate, weil er nicht hinterherkommt. So kommt es auch mal. Echt jetzt? Da war es dann zu weit weg, Digga. Äh, was? Mahlzeit. Sorry. Okay. Wollen wir uns auch so gehen? Was macht Bärchen eigentlich? Das A und B, Alter, ist ja dumm. Ne, hier liegt immer irgendwas rum, das kannst du nehmen. Hehehe. Was denn NU? Hm, na egal. Der hat einfach losgelassen bei mir. Boah! Hab ich auch so gemacht. Erstmal spawnen und schon genommen. Oh, ich glaube ich hab da einen Gegner gesehen, oder? Ja, ich sehe dieses Leuchten von diesem Pistolaut. Oh, ich denke. Der pisst da gerade in dem Wasser. Das ist doch das. Das ist doch deine, lieber. Das kommt. Wer macht der jetzt eigentlich? Ich stehe ja vorne mit dem Raketenwerfer genau vor dem Gegner. Was denn? Oder er mich. Oh, Bärchen kann mich ablecken. Bärchen holt mich wieder. Oh, nicht schlecht. Aber mich lässt da liegen. Was für ein Arsch. Oh, hier ist ein Shotgun, hier. Und eine Amor. Hier ist wieder so ein... Ach, jetzt braucht er auf einmal Stress, hier doch. Ach. Erste Hilfeset. Bist du nicht, weil hier ein Gegner kommt? Boah, Alter. Was verdammt denn? Der da oben. Na komm. Haua. Jetzt zieht's mit der Waffe auf mich. Fahr doch los, Alter. Wann? Wann war das denn? Der wäre jetzt gerade 100 Meter in die Luft gesprungen. Ich glaube, der eigentlich stirbt nicht. Wann? 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 Was ist das für eine Brücke hier? Wer lässt uns denn bitte schon sowas stehen? Alles klar. Ja. Affenkönig. Hm. Das ist süß. Alter, schneller kann er nicht fahren, oder was? Verhandeln! 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 Jetzt haben wir es nicht weit hier in der Hause. Ich habe es geschafft! Oh ja! Ich hab garantiert was vergessen, aber du hast dich gut geschlagen. Ich verlehr' dir mal was, Mann. Ich gründe gerade meine eigene Sekte. Und du bist mein erster Hörky. So nenn' ich meine Schädlich. Die Sekte besteht nur aus dir, mir, meine Cousin, schau dir... Ich kann ihm Befehle geben. Was? Ich meine den Bären. Ich will ihm auslösen Ziele, kann ich mit G sagen, der Bär soll hierher kommen. Ah! Ja, aber Gedrückheit war, glaub ich, dass er zu dir kommt, ne? Teddy, wir sind da! Oh, Alter! Kurz Fahrrad haben. Wer nicht. Wenn jemand arbeitet, ne? Bewehen. Oh, Alter. Sonst kriegen wir deine Idee ins Wasser? Was ist mit dem? Irgendwo ein Oberkörper muss enttreten. Boah, die Rollen. Ich will deinen alten Herrn verkloppen. Kein Problem, das war keine Absicht. Los komm, einmal geht noch lieber, einmal geht noch. Blökel, weiter. Wo ist denn er jetzt? Er ist geflogen. Da, da hab ich nicht gesehen. Alter, ist er im Auto? Ja. Das macht hier auch gar nichts aus, ne? Ja, wir können doch jetzt mit dem Auto von dem alten Herrn abbauen, einfach? Ja. Okay, dann machen wir das ein bisschen. Halt, ja. Gerade auf Mondalarm. Wiii! Gott, das ist die PX, ne? Country Road! Das ist doch schon da, ne? Das ist einfach nur rein. Wir sind da, Leute. Wir sind jetzt nicht der Rest. Kommen wir auf den? Kommen wir auf den? Ja ok Eins explodiert doch noch, Domino Ja, zählt doch wieder nicht Den müssen wir noch nicht machen Welche? Kein nettes Gesicht Moin Moin Ich sag's ihm während er mit den Rädern rumhert Weil er grad mit deinem Gesicht an deiner Fettscheibe geknallt ist, Dom Moin Ich sag's ihm während er mit dem Fettschule Möin Ich sag's ihm während er mit dem Fettschule Ich sag's ihm während er mit dem Fettschule